Jetzt gehen wir zurück in die Zeit des Good Old Rock'n'Roll. Frank, hast du meine sündhaft teure Elvis Presley? Pass auf, es ist nämlich so. Johnny Cash und Elvis waren ja Freunde letztlich gewesen. Und nicht alles. Ich will nur den Showschal, den Showschal, bitte. Und die Elvis-Brille, damit ich den Leuten am Ring so ein bisschen... Weil Elvis war ja dummerweise in seiner Schaffenspause häufiger Gast bei McDonald's und hat ja zugelegt, muss man sagen. Der späte Elvis war nicht mehr wie der Junge. Aus dem ehemals so glasklaren... Wurde beim späten Elvis... Aber die Leute haben ihn immer noch gefeiert und ich möchte euch mitnehmen. Man wusste auch nicht mehr, war das irgendwie immer noch der legendäre Elvis-Hüftschwung oder war das schon Parkinson oder sowas. Ich möchte euch mitnehmen in die Zeit. So allein, dass ich mir diese Brille aufziehe, müsste euch zu Begeisterungsstürmen hinreißen. Hinreißen, habe ich gesagt. Mit zurücknehmen in die Zeit des Good All Rock'n'Roll. Ladies and Gentlemen, Mr. Elvis Presley. Auf Wiedersehen. Ja, ja, ja 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 Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF, 2020